Ja, herzlich willkommen zu der Live-Session in Woche 2, zweites Modul unseres Wissensmanagement-MOOCs. Ja, ist gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Ja, wir freuen uns sehr, dass heute der Jens Hamann bei uns ist. Jens Hamann gehört zum Knowledge-Management-Team bei der Robert-Bosch-GmbH, aber das erzählt er nachher nochmal etwas genauer, vor allem auch, was dieses Knowledge-Management-Team bei Bosch alles tut. Heute konzentrieren wir uns auf einen Aspekt seiner Tätigkeit, nämlich das sogenannte Expert-Debriefing, also die Wissensweitergabe beim Ausscheiden oder beim Wechsel von Mitarbeitern, wo Jens eben auch seit Jahren als erfahrener Debriefer selbst unterwegs ist. So, mehr will ich jetzt momentan gar nicht sagen, sondern würde das Wort direkt an den Jens übergeben. Gut, dann, ja, schön, dass alle da sind. Ich erzähle jetzt ein bisschen was zum Expert-Debriefing bei Bosch. Vielleicht kurz ein paar ganz kurze Kennzahlen zu Bosch selbst. Die Bosch-Gruppe mit knapp unter 80 Milliarden Umsatz, mit 410.000 Beschäftigten, also sehr großes Unternehmen, mit Bereichen wie Mobility Solutions, Industrial Technology, Energy Buildings, Technology and Consumer Goods. Also, wir sind in sehr, sehr vielen Bereichen tätig. Das heißt, es gibt auch ganz unterschiedliche Zielgruppen, auch was das Expert-Debriefing betrifft, von den Experten her. Sehr viel in der Forschung und Entwicklung. Da haben wir auch fast 70.000 Mitarbeiter, 130 Standorte weltweit. Wir haben über 30 Milliarden in die Forschung gesteckt und es geht bei uns immer ums Ziel Technik fürs Leben. Das ist eigentlich für uns das Wichtigste und danach richten wir uns aus. Und zu mir selber, wo sind wir einzuordnen? Also, wie gesagt, der Name ist Jens Hamann und ich bin der Trainingskoordinator fürs Knowledge Management bei Bosch. Bin noch verantwortlich für ein Experten- und Führungskräftentwicklungsprogramm, für das Deep-Debriefing. Da menge ich die Trainings unter anderem und auch für Innovationskampagnen. Und wir selber, wir sind eben Operations and Management Technical Knowledge and Competences. Wir sind ca. 25 Mitarbeiter in Renningen und Feuerbach verteilt. Wir bieten zum Beispiel Zugang zu externen Fachinformationen, Tools zum Suchen und Finden von Wissen und auch zum Teilen. Wir beraten, wir präsentieren, wir bieten Tools zu Standards, also Normen und Ähnliches, aber auch eben zur Ideenfindung und Innovation. Das ist so ein bisschen unser Portfolio, in dem wir uns so bewegen. Und da gehört eben auch Experten-Debriefing dazu, da wir auch zum Beispiel ein Experten-Netzwerk haben. Wir betreuen die eben einfach von der Entwicklung dann, vom Programm her, über das Netzwerken bis hin, vielleicht zum Wechsel oder Verlassen des Unternehmens. Aber jetzt komme ich auch wirklich zur Methode. Warum machen wir das Experten-Debriefing? Das ist ein Eisberg hier, den man hier sieht. Das symbolisiert es eigentlich ganz gut. Es gibt nämlich das sogenannte explizite Wissen, also das Wissen, das wirklich sichtbar ist. Das kenne ich, ja, das kann ich sehen. Das sind vielleicht irgendwelche Dokumentationen, die ich lese kann, irgendwelche Studien, Abschlussarbeiten und so weiter. Also Wissen, dass wirklich verfügbar ist, das kann ich mir einfach aneignen. Dann gibt es aber auch noch implizites Wissen von Experten. Das ist eben nicht so leicht einigenbar. Das sitzt im Kopf des Experten. Da gibt es dann das externalisierbare Wissen. Das ist was, was ich vielleicht noch rausholen kann mit bestimmten Methoden aus dem Kopf des Experten. Das er vielleicht noch irgendwie vermitteln kann. Dann gibt es aber auch das nicht externalisierbares Wissen. Das sind wirklich Erfahrungsschätze zum Beispiel, die ich über Erfahrungen gewonnen habe. Das Leben des Experten, das ist natürlich schwierig weiter zu vermitteln. Das alles bildet also dann die Expertise des Experten. Da hat er seine Expertise im Prinzip her. Und wie gesagt, das Erste kann ich gut dokumentieren. Das Zweite mit bestimmten Methoden, zum Beispiel ein Expert-Debriefing teilweise. Bei dem letzten Punkt ist es tatsächlich schwierig bis vielleicht sogar unmöglich. Wie kann ich das jetzt zum Beispiel machen? Ich kann zum Beispiel geeignete Fragen stellen, um hier das Wissen möglichst gut zu dokumentieren. Also ich kann zum Beispiel nach dem Was fragen, durch das Wer, Wann und Wo, um das explizite Wissen genau festzuhalten. Ich kann nach Lessons learned, nach Best Practices fragen. Bei dem impliziten Wissen ist es, wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Da muss ich mich annähern. Da kann ich zum Beispiel nach dem Wie fragen, nach Warum. Warum ist was passiert? Was habt ihr gemacht? Und wo kommt das alles her? Oder auch durch hypothetische Fragen, indem ich zum Beispiel frage, was würdest du denn jetzt machen, wenn du noch da bleiben würdest als Experte? Was würdest du gerne in fünf Jahren vielleicht noch umsetzen? Was hättest du immer gerne noch gemacht? Und einfach auch das Storytelling fördern. Was ganz sehr wichtig ist und auch sehr fördernd ist, sind die Rahmenbedingungen für den Wissenstransfer. Dadurch, dass ich durch das Expert-Debriefing bestimmten Rahmen biete, lasse ich mich auch viel mehr darauf ein als Experte und teile dadurch auch viel mehr Wissen. Das ist unheimlich wichtig, haben wir festgestellt. Also ohne den Rahmen wäre es durchaus wesentlich schwieriger. Ein paar wichtige Grundsätze bei uns zum Expert-Debriefing. Das Debriefing ist freiwillig. Das ist extrem wichtig, da fragt man auch immer nach. Nicht, dass es vielleicht von einem Vorgesetzten verordnet wurde, weil dann funktioniert es auch nicht. Das muss wirklich freiwillig sein. Die Daten gehören dem Experten oder dem Vorgesetzten und seinem Vorgesetzten. Das Ganze ist natürlich vertraulich, was in dem Raum gesprochen wird. In diesem geschützten Raum bleibt auch dort und es wird auch nicht weitergeben oder nachher drüber in der Kaffeeküche erzählt, sondern das ist wirklich in diesem Rahmen und da bleibt es auch. Ziel ist es, eine geordnete Übergabe für den Nachfolger hinzubekommen und der Nachfolger soll einfach einen Überblick bekommen. Man kann natürlich nicht alles niederschreiben. Das funktioniert in den Sessions nicht, aber er soll einfach den Kern begreifen und das Wichtigste erfahren im Gespräch, im Austausch. Wie läuft jetzt sowas eigentlich ab? Im Regelfall hat man also einen Experten und einen Nachfolger. Wenn der Nachfolger vielleicht noch nicht bestimmt ist und nicht da ist, dann kann es auch eine andere Person übernehmen. Macht es manchmal ein bisschen schwieriger, wenn man natürlich noch jemanden dazwischen hat, aber geht auch. Und ich habe einen Moderator. Der Experten-Nachfolger, die sollten sich eben über das Thema unterhalten. Der Experte erzählt, der Nachfolger stellt bestensfalls Fragen, man geht vielleicht auch noch auf Dokumente ein, die vorhanden sind und so weiter. Und der Moderator dokumentiert das eben alles in der Mindmap und nutzt eben noch bestimmte Methoden, zum Beispiel Fragestellungen, um das Ganze auch im Laufen zu halten, um auch die wichtigsten Informationen gegebenenfalls noch rauszukitzeln. Vom Ablauf her, wir haben immer ein Vorgespräch, das so eine halbe Stunde bis Stunde geht. Da klären wir einfach noch die Rahmenbedingungen, welche Dokumente werden benutzt, wer ist alles beteiligt, was sind die Ziele, ist irgendein Fokus drauf, zum Beispiel vom Zeitraum her, den man betrachtet und so weiter. Das klärt auch nochmal die Freiwilligkeit, dass die wirklich gegeben ist. Und dann kommt es zu Deep Viewing Sessions, mal vereinbart zum Schnitt drei Stück, manchmal sind es mehr, manchmal sind es weniger. Je drei bis vier Stunden und dabei werden dann erstellt die persönliche Wissenshandkarte, ein Maßnahmenplan, der sich dadurch auch noch ergibt und ein Netzwerkdiagramm, wo man das Netzwerk des Experten praktisch festhält und aufzeigt und auch dann weitersehen kann. Danach holen wir dann noch immer ein Feedback ein von den Beteiligten, um zu sehen, wie fanden sie die Methode, kam das gut an, hat es funktioniert, ist das alles wunderbar. Dann folgen die Maßnahmen, die kann man begleiten, meistens machen das aber die Beteiligten selbst, das heißt, die setzen einfach To-dos noch um, zum Beispiel jemanden zum Arbeitskreis einladen oder ähnliches vorstellen jemanden vielleicht. Eventuell, wenn ein Nachfolger später eintritt, versuchen wir nochmal ein Treffen zu organisieren, damit man sich nochmal über die Dokumente, die erstellt wurden, austauscht. Und dann so etwa nach drei Monaten machen wir nochmal ein Feedback an den Nachfolger, um einfach zu sehen, hat denn die Methode was gebracht, war das denn besser mit Debuffing als ohne, also wie wird das empfunden, ist das eine gute Sache oder eben nicht. Wie sehen jetzt die Dokumente aus, die man stellt, das ist nur eine Variante, es gibt ja auch noch andere Handgehensweisen, das ist jetzt die, die ich gerne nutze, dass ich eben bei der Mindmap so ein bisschen auf die Arbeitshistorie eingehe, um hier ein bisschen das Episodengedächtnis herauszufordern, um da Informationen zu bekommen. Dann gehe ich meistens auf die Rollenaufgaben ein und schließe auf die Wissensgebiete. Das Schöne mit dem Einstieg in der Arbeitshistorie ist, dass die Experten meistens dann sehr, sehr gerne erzählen und dann kommt man einfach so ein bisschen Erzählfluss rein und man erinnert sich an Sachen, die man vielleicht vergessen hatte. Das hilft immer ungemein und dann fragt man einfach gerne nochmal, was hast du denn tatsächlich gemacht, was waren denn deine Aufgaben und am Schluss eben nochmal die Wissensgebiete, um dann vielleicht nochmal alles abzudecken, was vielleicht nicht genannt wurde, wenn man wirklich auf die zum Beispiel Tools oder ähnliches eingeht, die ich benutzen muss. Dann hat man eben diesen Maßnahmenplan, den man hier sieht, wo ich eben die Maßnahmen festhalte, das ist ein einfaches Excel und da schreibe ich einfach ein, wer ist verantwortlich, um was geht es und natürlich auch, bis wann muss es erledigt sein. Das unterstützt einfach, damit man es nicht nur sagt, sondern auch dokumentiert und auch umsetzt. Und dann gibt es eben noch das Netzwerk, wo ich eben das Netzwerk des Experten visualisieren kann und einfach sehen kann, mit wem hat er denn zu tun gehabt und vielleicht nicht nur bei Bosch, vielleicht auch darüber hinaus, vielleicht auch bei Kunden. Das macht es in der Nachfolge einfach einfacher, das wirklich mal im Überblick zu haben. Wenn ich das nur so erzähle, dann sind es immer so Einzelpunkte, da war jemand, da war jemand und so habe ich es nochmal im Blick und sehe auch nochmal nach Aufgaben, eventuell auch, wer für was zuständig war, mit wem ich agiert habe. Das wird immer als sehr, sehr positiv wahrgenommen und auch eigentlich regelmäßig genutzt. Das Feedback, wie gesagt, habe ich ja schon erzählt, es gibt ein Feedback unmittelbar danach, wo wir einfach nochmal fragen, wie das Ganze angekommen ist, das machen wir alles online, dasselbe drei Monate danach, ebenfalls online, das Ganze ist anonymisiert, das heißt, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe danach nur eine Gesamtstatistik. Das haben wir jetzt seit etwa einem Jahr so und es läuft sehr gut. Das Feedback ist auch überwiegend sehr, sehr gut. Also überwiegend heißt es, es gibt vielleicht ein paar Kritiken manchmal beim Tool Handling, falls vielleicht jemand nicht gleich das richtige Tool findet oder ähnliches, um die Mindmap aufzurufen. Aber prinzipiell, die Methode an sich wird sehr, sehr gut angenommen. Da gibt es eigentlich sehr gutes Feedback für uns. Für wen ist jetzt diese Methode anwendbar? Generell gilt immer, wenn es um Wissenstransfer geht und wenn natürlich der Partner, der beteiligt ist, sprich Experte jetzt hier das Ganze auch freiwillig macht und es machen möchte. Zum Beispiel kann es um Experten gehen, es kann aber auch um eine Führungskraft gehen, die vielleicht wechselt in einen anderen Bereich oder ähnliches. Prinzipiell Stellungswechsel ausscheiden, Buchstand zum Beispiel oder ähnliches. Kann es aber auch für ein Projekt nutzen, das ist auch möglich. Das ist ein bisschen aufwendiger gegebenenfalls, aber es ist machbar. Da ist vor allen Dingen schön, dass man nochmal auf die Historie auch schaut, gegebenenfalls und sagt, warum haben wir das überhaupt alles gemacht? Das ist auf jeden Fall nochmal eine unterstützende Maßnahme zu weiteren Methoden, die es in diesem Feld gibt. Man kann es auch verbinden, dass man zum Beispiel vielleicht auch einen Podcast oder eine weitere Videoaufnahme im Nachgang an das Deepbeefing macht für bestimmte Methoden, die man da identifiziert hat, um das Wissen hier einfach weiterzuteilen, vielleicht auch unternehmensweit. Was machen wir sonst noch darüber hinaus? Wir bieten regelmäßige Trainings an, Moderatoren-Trainings. Wir haben angefangen 2017, haben es erstmal selbst gemacht, haben es dann in unsere Trainingsorganisationen überführt. Wir hatten 2018 zwei Trainings in Deutschland, eins in Ungarn, auch dieses Jahr ist es genauso. Nächstes Jahr werden wir auch weitere Trainings planen, so wie es aktuell aussieht. Wir haben Netzwerktreffen, also wir sammeln auch immer alle ausgebildeten Moderatoren ein, bringen die in das Netzwerk, bringen die zusammen. Wir haben das aus 16 Geschäftsbereichen und dessen 49 ausgebildeten Moderatoren in drei Ländern und da treffen wir uns regelmäßig im Monat einmal virtuell und diskutieren neue Themen, Entwicklungen, Feedback, Fragen. Das wird alles diskutiert. Das ist wunderbar. Da kann jeder von jedem lernen und wir haben da auch immer ein Netzwerktreffen, das einmal im Jahr stattfindet, wo wir uns auch, wenn es möglich ist, zumindest alle sehen und auch nochmal austauschen. Ja, 2018 hatten wir 68 Briefings, 2019 aktuell 51 Briefings. Ich weiß aber, dass noch ein paar in der Pipeline stehen, das heißt auch hier könnten wir vielleicht die 68 noch schlagen. Funktioniert wunderbar. Wir haben auch eine Community gebaut in unserem internen Social Business Network, wo alle Informationen und Dokumente hinterlegt sind, so, dass man nicht unnötig suchen muss, sondern alles an einem Platz ist, die ist auch offen, so, dass jeder auch darauf zugreifen kann, weil uns geht es um die Methode. Es ist schön, wenn wir das organisiert bekommen und wir alle kennen, die mit der Methode arbeiten, aber prinzipiell soll jeder die Möglichkeit haben, diese Methode anzuwenden, sich darüber zu informieren. Das stellen wir eben mit dieser Community sicher und wir haben auch noch eine sogenannte Base Practice entworfen, das ist eine Internet-Bosch-Norm, wo das Ganze, die ganze Methode nochmal dokumentiert ist. Da sind die Methode, die Trainingsmöglichkeiten, eben alles, was dazugehört, so, dass sich jeder auch vorab hier informieren kann und auch weiß, um was es geht und für was das Ganze gut ist und wie es anzuwenden ist. So, damit bin ich auch tatsächlich schon am Ende meines Vortrags und, ja, wäre jetzt offen für Fragen. Vielen Dank, Jens, das war ja präzise und auf den Punkt, sehr schön. Ja, gut, ich habe die eine oder andere Frage, aber ich überlasse gerne auch erstmal Dirk und Elke das Wort. Ich kenne euren Prozess ja ein bisschen. Ja, durchaus. Ich habe als allererste Frage zur vorhergehenden Folie, wofür steht denn das ES nach dem B, die BES-Practice? Ah, ja, das ist Bosch Engineering System, das ist bei uns ein System zur guten Entwicklung. Das ist richtig, da ist eine Abkürzung, die ich nicht erklärt habe. Gut, das war das erste. Das ist ein gutes Beispiel für typische Fragen, die man in einem Expert-Debriefing stellen würde, immer alle Abkürzungen erklären lassen. Genau so, das ist sehr wichtig und bei Bosch haben wir viele Abkürzungen, wie bekannt ist, denke ich. Ich habe noch eine Frage direkt, wer und wie wird man denn für so ein Debriefing bei euch ausgewählt? Woher kommen quasi die 68 Leute 2018? Wie kommt man auf die? Wer wird da angesprochen? Wer hat die Chance dazu? Ja, also im Prinzip die Chance hat erstmal jeder. Es ist meistens so, dass wir direkt von der Führungskraft, teils auch wirklich von Experten direkt angesprochen werden. Die haben das meistens, also die Führungskräfte haben das meistens, so 90 Prozent würde ich sagen, auch schon mit dem Experten diskutiert. Wir haben da über das Debriefing an verschiedenen Stellen berichtet, Newsletter, Blogposts und Ähnliches. Das heißt, dadurch gab es einen bestimmten Bekanntheitsgrad. Viel läuft auch Mund zu Mund. Jemand hat ein Debriefing gemacht, da zählt es irgendjemand und sagt, oh, das ist eine tolle Sache, will ich auch haben. Und so kommen dann eben direkt die Ansprechpartner zu uns. Wir haben eine E-Mail-Adresse, da werden wir angeschrieben und dann schauen wir uns das an und gehen hier eben entsprechend in eine Beratung und sprechen mal drüber, was möglich ist. Genau, also daher kommen die Anfragen. Also aktiv, wirklich aktiv auf Leute zugehen tun wir aktuell noch nicht. Wir sind gerade am Überlegen, ob wir das auch einführen. Müssen wir mal sehen. Gut, vielen Dank erstmal. Eine Frage hatte ich noch bei diesen ganzen Diagrammen, die entstehen, die aufgezeichnet werden. Dann macht das immer bei euch der Moderator oder machen das auch die Leute selber, die daran teilnehmen, der Experte und der Nachfolger? Das macht bei uns immer der Moderator. Ja, also das ist tatsächlich immer so, dass das der Moderator macht, das ist seine Aufgabe. Gut, stellt er das gleich live dabei oder hat er dann noch ein paar Stunden Nacharbeit, bis das fertig ist? Nee, er macht es tatsächlich live. Das ist auch was, was man üben muss tatsächlich. Ja, es ist schon eine Herausforderung mit Sicherheit. Aber so kann man dann auch nochmal mit dem Beteiligten drüber gehen und schauen, passt das so, ist das so richtig erfasst. Und dann kann man natürlich im Nachgang nochmal drüber gehen, es noch ein bisschen vielleicht schöner machen, anpassen, wenn das notwendig ist. Genau. Danke erstmal vielmals. Ich würde das mal in Gabriele weitergeben, es hat ja auch ein paar Fragen gehabt. Genau. Das eine ist so, wie geht ihr mit diesem Aufwandsargument um? Ja, also das Thema, ich habe dafür keine Zeit. Ja, ich denke mal, das ist meine Erfahrung, das taucht immer ganz schnell auf. Dann, wie ist es, wenn es eben keinen Nachfolger gibt in dem ganzen Prozess? Und vielleicht noch zu der ersten Frage mit dem Aufwand, wenn diese intern geschulten, die Briefer da sich gegenseitig unterstützen, gibt es da in irgendeiner Form eine Aufwandsverrechnung? Also gerade, wenn ich jetzt halt in einem anderen Bereich oder vielleicht sogar an einem anderen Standort als die Briefer quasi einspringe. Okay. Also vom Aufwand her ist, also mir selber ist es noch nicht passiert, dass jemand gesagt hat, ich habe dafür keine Zeit. Es wird manchmal geschluckt, weil es ja doch ein Zeitaufwand ist. Aber es ist in der Regel tatsächlich so, dass die Beteiligten erkennen, das ist eine gute Chance, das wirklich strukturiert zu machen. Weil manchmal sind die Wechsel auch sehr, sehr schnell. Man hat dann wirklich keine richtige Übergabezeit. Und so ist es doch sehr konzentriert, wo ich sehr viel in der schnellen Zeit vermitteln kann, auch wenn es dann nicht optimal ist, weil wir schon sagen, man sollte eigentlich noch ein bisschen länger zusammensitzen. Und es wird doch auch sehr dieser Rahmen geschätzt, dass ich mir diese Zeit nehme, weil das habe ich sonst vielleicht auch tatsächlich nicht. Das heißt, also ich habe eigentlich eher positives Feedback darüber bekommen tatsächlich. Genau. Mit den anderen Moderatoren im Team aktuell erfolgt da keine Verrechnung intern. Zumindest ist mir nichts bekannt. Es ist vielleicht so, dass manche Geschäftsbereiche dann eher sagen, ich darf oder kann gerade nicht weiter reisen. Dann geht es leider aktuell nicht, dass wir uns unterstützen. Das gibt es durchaus. Zumal ja jetzt auch, sage ich mal, doch eher gespart wird. Ist es so, dass man dann vielleicht sagt, okay, ich betreue jetzt nur diesen Geschäftsbereich und diesen Geschäftsbereich und nur diesen Standort. Aber man versucht doch, hier zusammenzuarbeiten, weil natürlich auch jeder was von hat im Endeffekt. Das heißt, wenn ich hier jemanden ganz wichtigen habe, der im einen Geschäftsbereich geht und ich habe jetzt hier einfach jemanden zu fügen, dann kann ich immer noch mal auf den anderen zugreifen. Das gilt ja beidseitig und das ist schon ein Vorteil. Man versucht es schon umzusetzen, wo es geht. Genau. Jetzt muss mir nochmal helfen mit der dritten Frage. Wenn kein Nachfolger da ist oder auch vielleicht sogar noch nicht mal in Aussicht steht oder so. Wenn das der Fall ist, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Es kann sein, dass der Moderator diese Rolle übernimmt. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Da bin ich persönlich auch kein großer Freund von, weil das einfach schwierig ist. Ich stecke nicht im Thema drin. Das heißt, ich kann unter Umständen auch nicht die richtigen Fragen stellen. Ich kann Fragen stellen, aber ob es die richtigen sind, sind wir da hingestellt. Oftmals gibt es vielleicht einen Kollegen, der dann einspringt, der sich ein bisschen mit dem Thema auskennt. Das ist schon mal besser als nichts, sage ich mal. Weil der natürlich schon ein bisschen gezielter nachfragen kann. Der übermittelt es dann eben gegebenenfalls nochmal weiter an den Nachfolger. Oder auch die Führungskraft, wenn es jetzt eine Experte-Führungskraft, die Konzentration ist, kann das übernehmen und erstmal die Informationen aufnehmen. Dann nachher weitergeben. Ansonsten, ich hatte es auch auf dieser Folie hier, gibt es eben auch den Versuch, wenn die Person nicht komplett Bosch verlässt, dass man hier nochmal versucht, einen Termin im Nachgang zu planen, wo man dann einfach unter die Unterlagen nochmal drüber geht, sich das gemeinsam nochmal anschaut und der Nachfolger nochmal gezielt nachfragen kann, was war damit gemeint, habe ich das richtig verstanden. Also wenn es irgendwie geht, versucht man das immer noch zu tun. Jetzt habe ich noch so eine Frage in Richtung Gesamtwissensmanagement. Was würdest du denn denken, ihr habt ja jetzt auch schon reichlich Erfahrung mit dem Thema Expert-Debriefing, welchen Beitrag leistet das so für das Gesamtwissensmanagement auch so im Sinne vielleicht, ja Marketing ist der falsche Ausdruck, eines Türöffners. Also ich erlebe ganz oft, dass Unternehmen über das Thema in das Gesamtthema Wissensmanagement einsteigen, weil da so ein konkreter Schmerz da ist, weil auch eine konkrete Terminlage da ist. Habt ihr die Erfahrung auch gemacht? Also wie würdest du den Beitrag dieser Methode oder dieses Themas zum Gesamtthema Wissensmanagement zu beurteilen? Also ich denke auf jeden Fall, dass die Beteiligenden, die das schon mal gemacht haben, verstanden haben, dass es wichtig ist, sich rechtzeitig zu organisieren. Das nehmen sich dann auch immer vor, ob das dann klappt im Tagesgeschäft, ist immer noch eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall ein Erkenntnisgewinn da. Ja, was für uns schön ist, wir werden auch bekannter dadurch. Das heißt, man spricht über uns, man schaut sich vielleicht auch mal die anderen Methoden an. Wir können in dem Moment auch oft mal beitragen, sagen, hey, wir haben ja auch noch was im Angebot, was euch vielleicht hilft. Das wird dann auch gerne dankbar angenommen. Das ist also tatsächlich ein großer Vorteil. Und für das Gesamtunternehmen an sich ist es auch nochmal wichtig, ich meine, so bewahre ich tatsächlich auch wesentlich mehr Wissen. Ja, es ist definitiv eine Methode, wo auch jetzt nach und nach immer mehr, also wir merken es einfach an den Anfragen, der Erkenntnisgewinn kommt, hey, super, da geht jemand in den Ruhestand, da kann ich vielleicht doch noch viel rausziehen und das weiter teilen. Das ging vorher nicht. Und dann kommt ja als nächster Schritt, jedenfalls auch mal die Anfrage, ja, können wir damit vielleicht noch mehr machen? Können wir das noch an mehr Mitarbeiter teilen? Können wir da vielleicht nicht doch noch zum Beispiel einen Podcast oder nichts draus machen, um das Wissen hier noch weiter zu verteilen, wenn wir eh schon dran sind? Ja, super. Ja, genau, das ist auch meine Erfahrung, dass das wie so ein Einstieg ist und dann oft sich eben noch mehrere Möglichkeiten auftun, das Thema grundsätzlicher zu adressieren. Genau. Ja, danke. Ich habe noch eine Frage, die kommt von Elke, die mit dran teilnimmt. Die hat mir im Chat geschrieben, dass sie kein Mikro hat, deswegen von mir. Ich vermute mal, sie kommt aus dem Wissenschaftsumfeld und fragt jetzt, das ist vielleicht sogar an beide, ob es Erfahrungen für das, für einen Wissenschaftsbetrieb gibt. Also ich vermute mal für Hochschulen, Forschungseinrichtungen und so weiter, das dort einzusetzen. Und dann noch eine ergänzende Frage, welche Tools nutzt ihr für die Visualisierung? Also ich fange mal kurz mit den Tools an. FreeMind ist das eine, was wir nutzen. Das ist frei verfügbar. Und dann nutzen wir noch ein Tool, nennt sich YED. Das ist ein Java-basiertes Tool. Damit machen wir dieses Netzwerk. Zum Wissenschaftsbereich. Ich habe gehört, dass das geht. Ich habe aber selber damit keine Erfahrung. Gabriela, kannst du da mehr zu sagen? Also jetzt rein zu den Tools oder Wissenschaftsbetrieb. Nein, zu den Wissenschaftsbetrieb. Wissenschaftsbetrieb. Ja, also ich habe ein bisschen Erfahrung gerade mit Hochschulen, habe im nächsten Monat auch einen Vortrag zum Thema Wissensmanagement an Hochschulen. Den werde ich mit dem alten Wilke-Zitat beginnen. Universitäten sind dumme Organisationen mit Menschen. Also von der Methode her, das funktioniert natürlich in einem Wissenschaftsbetrieb eigentlich genauso. Ich glaube, das Thema dort ist ein tieferlegendes, das erstaunlicherweise Wissensmanagement keinen sehr hohen Stellenwert hat. Also das sind ganz viele kulturelle Dinge, ganz viel noch so Silo-Denken, Einzelkämpfertum, was so in den Köpfen drin steckt. Die Methode an sich ist, naja, die ist ja im Prinzip relativ banal. Also das ist ja das Schöne dran, die passt eigentlich auf alle Kontexte. Ich glaube, das Thema an Hochschulen oder so steckt tatsächlich tiefer. Ich denke, die Herausforderung wird sein von der Argumentation, wenn ich das an jemanden herantrage, ich habe doch eh alles veröffentlicht. Es gibt ja viel explizites Wissen. Was soll ich denn da noch teilen? Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen als Argumentation, was eine Herausforderung ist. Das Netzwerk, das ist sicherlich was, was man nutzen kann. Ob die Beteiligenden das dann herausgeben, ja, da muss man einfach schauen, wie ist da die Freiwilligkeit, wie ist da die Offenheit dafür? Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Herausforderung. Aber wie du sagst, Gabriel, ich glaube, die Methode an sich ist eigentlich sehr, sehr vielfältig anwendbar. Also durchaus. Und es sollte da genauso funktionieren. Ich muss halt vielleicht ganz klar den Rahmen nochmal definieren, um was geht es. Also welche Aufgabe geht es bei der Weitervermittlung? Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Ja, Elke hatte mir dazu geschrieben, Probleme dort sind auch die hohe Fluktuation und kein Personal. Das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen aus meinen Projekten, dass dort häufig Leute bis zu ihrer Doktorarbeit das Wissen aufbauen. Also jetzt direkt im wissenschaftlichen Bereich und dann, ich sage ich mal, ihren Job bekommen und weggehen. Und das ist natürlich für das Thema dann nicht direkt immer ein Nachfolger da. Teilweise wird es auch nicht weitergetrieben und so ein Projekt ist einfach beendet. Das ist vielleicht auch ein Punkt mit. Aber sie hat halt die Fluktuation. Ich vermute mal, dass das wissenschaftliche Personal jetzt gemeint war. Also da würde ich dann auf jeden Fall, also wenn man jemand hat, der diese Methode mit dem Experten durchführt und es gibt keine Nachfolge, dann würde ich zumindest das Netzwerk aufnehmen und versuchen, die Aufgaben strukturiert darzustellen und dann eventuell bei Schwerpunkten, wo vielleicht auch dem Experten, der dann die Universität verlässt, am Herzen liegt. Vielleicht würde ich auch überlegen, ob ich ein Podcast oder ein Video mache, wo ich das nochmal ein bisschen mehr erörtere. Das wirkt vielleicht dann auch einfach noch ein bisschen verständlicher als in der Mindmap, wo ich halt auch immer noch kondensieren muss, wenn ich mir da Themen rauspicke. So würde ich das angehen. Genau. Ich sehe auch eins der Themen dort tatsächlich in den Kosten, in dem Aufwand von so einem formalen Expert-Debriefing, weil wenn ich jetzt gucke, wie dort gerechnet wird, welche Aufwände eingesetzt werden und wenn man dort sagt, da muss jetzt ein Moderator her und ich muss den Nachfolger haben und ich habe diese größere Zahl von Sessions, dann stelle ich mir das in häufigen Fällen schon schwierig vor. Wenn man jetzt schon guckt, wie man dann bei Wechsel von Funktionen überhaupt dann den nächsten Ansprechpartner findet, wenn man jetzt extern bei dem Thema weitergeht. Also es gibt durchaus Unternehmen, die machen das in Papierform, wo ich das dann selber ausfülle. Es gibt auch Programme dazu, IT-Programme. Ich sehe die Herausforderung immer darin, dass ich dann vielleicht schon in so einem Denkmuster drin bin. Also das ist dann ähnlich wie bei einer normalen Übergabe. Ich habe bestimmte Sachen im Kopf, die möchte ich unbedingt loswerden, die schreibe ich nieder und dann vergesse ich vielleicht doch wieder einen Teil, den ich über eine moderierte Methode doch eher herausbekomme. Da sehe ich immer ein bisschen die Gefahr in dem Bezug, wenn ich das dann vereinfache. Gut, danke dir erstmal. Ich habe auch keine weiteren Ergänzungen jetzt dazu gelesen. Ich selber habe natürlich noch so eine ganz typische Frage für mich. Wo sind denn jetzt bei eurem Ablauf, es funktioniert ja nie was perfekt, ne? Wo siehst denn du derzeit noch Hürdensachen, die bei euch noch verbessert werden könnten? Und wie wollte das zum Beispiel in Zukunft angehen? Also, was kann verbessert werden? Ich fange mal, wenn ich jetzt den Ablauf hier gerade vor mir habe, einfach an. Vorgespräch ist der erste Punkt. Es muss immer klar sein nochmal natürlich, wie viel Zeit ich benötige. Das wurde ja vorher schon mal angesprochen. Das muss bewusst sein. Die muss ich auch zur Verfügung stellen. Und die Freiwilligkeit. Ja, es gibt durchaus auch Anfragen, wo angefragt werden, ich habe da jemanden, wir sollten das machen, aber eigentlich will der Experte das vielleicht gar nicht. Ja, dann funktioniert das natürlich nicht. Und das versuchen wir immer schon vorne abzuklären und zu vermitteln. Das betonen wir auch immer ganz arg. Und was ist noch wichtig? Überlegen. Sicherlich auch die Zeit, die für die Maßnahmen eingeplant werden muss. Ja, also wenn ich wirklich eine Übergabe machen möchte, dann brauche ich ja auch eine gewisse Zeit. Das gilt auch für die Anfragen. Wir versuchen immer von vornherein zu vermitteln. Und das sehe ich, was wir noch weiter betonen können, dass wir auch einfach eine gewisse Zeit dafür brauchen, dass es nicht von heute auf morgen geht. Und wir auch nicht von heute auf morgen zur Verfügung stehen. Also wir haben auch eine beschränkte Kapazität bei uns im Team. Und wenn da halt eine Anfrage kommt, ich möchte das nächste Woche haben, dann wird es gegebenenfalls auch eng. Und das müssen wir natürlich noch ein bisschen weiter vermitteln. Das ist für uns wichtig. Ansonsten würde ich aber doch sagen, dass es soweit auch, was die Feedbacks anbelangt, sehr rund läuft. Da würde mir jetzt nicht mehr einfallen aktuell. Gut, danke dir. Ich habe noch eine Frage. Bei diesen Debriefing-Sessions, da stehen ja eine Punktezahl, also bis zur Session N. Wie viel ist denn das ungefähr so im Durchschnitt, was er meistens braucht bei so einem Experten? Also im Regelfall sind es drei, würde ich sagen. Also eher maximal drei. Projekte, wie gesagt, werden es doch einige mehr. Aber man kann eigentlich sagen, man macht so die erste Karte, Wissenslandkarte in der ersten Session. Dann geht man bei der zweiten eventuell nochmal drüber, ergänzt noch ein bisschen. Vielleicht haben sich unterdessen auch noch ein paar Fragen ergeben, wenn der Experte und der Nachfolger sich noch ein bisschen unterhalten haben. Und dann die dritte ist meistens nochmal das Netzwerkdiagramm. So ist eigentlich die Regel, würde ich sagen. Gut, danke. Jetzt, das ist, glaube ich, meine letzte Frage, jedenfalls die, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich hatte ja früher auch mal diese Themen, wo ich mein eigenes Unternehmen hatte. Und da habe ich immer gesagt, wenn ich jetzt so ein langes Debriefing am Ende machen muss, dann habe ich ja im Vorfeld an sich was verkehrt gemacht. Ich habe also versucht, eine Strategie aufzubauen, dass auch während des Betriebes, wenn jetzt dieser Experte gegen die Wand fahren würde, möglichst sein Wissen durch jemand anderes übernommen werden kann. Dass ich gesagt habe, okay, jetzt die Experte-Debriefings derzeit, das ist noch den mangelnden Maßnahmen im Vorfeld zu schulden. Aber in Zukunft will ich das, was dort übergeben werden muss, möglichst verringern, dass es kontinuierlich stattfindet. Habt ihr auch so eine zweigleisige Strategie, die das eben den Umfang von so einem Debriefing in Zukunft möglichst reduzieren soll? Genau. Also was meistens gemacht wird, ist, wenn ein Nachfolger dann das übernimmt, dann sagen, also würde ich sagen, 90 Prozent, wir führen das jetzt auch fort, damit sowas dann nächstes Mal einfacher läuft. Muss man sehen, ob das so tatsächlich passiert. Da fehlen uns noch ein bisschen die Erfahrungswerte. Die kommen jetzt erst langsam rein sozusagen über diese längeren Feedbackbögen, die drei Monate zurückgehen und so weiter. Aber der Wille ist immer da auf jeden Fall, weil erkannt wird, das ist sonst ein Riesenaufwand. Vor allem, wenn jemand in den Ruhestand geht, dann merkt man das und sagt, oh Mist, da hätten wir auch früher angehen können. Wobei es durchaus auch Dokumentationen gibt bei uns, die vorhanden sind, aber eben dieses Netzwerkwissen und Ähnliches, das ist tatsächlich was, was man sagt, okay, das muss ich eigentlich weiter fortführen. Das ist implizite Wissen vor allen Dingen. Das ist sicherlich was, was gemacht wird, wo die Erkenntnis auch da ist, sage ich mal. Genau, also das kommt und das wird dann auch gemacht. Hat das deine Frage so beantwortet? Ja, das hat es beantwortet. Ich sehe dort die Schwierigkeit genau bei diesem Netzwerkwissen, weil das ist was, was man natürlich nicht mithält. Mit wem hat man sich wirklich jetzt unterhalten? Was steht denn da? Das geht natürlich bloß für so ein End-Debriefing, weil das macht in der Dokumentation keinen Sinn. Wüsste ich gar nicht, wie ich das permanent machen sollte und warum. Ja, also es ist, ich sage mal, wenn ich das permanent aufrechterhalte und sowas ergänze, ist es schon eine gute Sache, wenn dann durch noch jemand dazukommt oder Ähnliches, dass ich da einfach mal draufschauen kann. Das wurde auch tatsächlich, also ich kenne durchaus einige Fälle, wo das auch wirklich weitergeführt wurde. Einfach im Falle, dass mal was ist, dass jemand draufschauen kann. Das wird schon gemacht und es ist ja natürlich auch so, dass ich gegebenenfalls, wenn ich solches Wissen auch teile, dass ich vielleicht auch mal mehr weitere Netzwerke für einen Bereich, für ein Thema aufbauen möchte, das vielleicht auch teilen möchte. Dann habe ich eine Grundlage. Das ist also auch gar nicht so schlecht, sowas zu haben. Ganz vielen Dank. Mir ist doch hier noch eine Frage eingefallen, wenn Gabriele jetzt keine hat. Das ist nämlich das Thema, wie habt ihr das überhaupt zum Laufen gekriegt? Das kostet ja ein bisschen Geld und Aufwand. Da muss doch im Vorstand jemand gesagt haben, hey, das könnt ihr jetzt machen, das rollen wir aus. Wie war denn der Prozess dazu? Das war tatsächlich nicht im Vorstand, sondern das kam tatsächlich von uns. Also ein Kollege von mir hat das mitgebracht, das Thema und wir fanden das interessant. Dann haben wir es erstmal ein bisschen liegen lassen, muss ich sagen. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir aber wieder ran und wollen das wirklich hochziehen und haben einfach angefangen zu debriefen. Und dann kamen nach und nach immer mehr Anfragen, haben das immer weiter ausgebaut. Dann haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich mehr Moderatoren, haben dann Schulung angeboten, selbst organisiert. Und haben dazu einfach Boschweit eingeladen über Blogposts. Da kamen da auch einige dazu. Parallel haben wir dann erfahren, dass ein Geschäftsbereich ebenfalls mit der Methode angefangen hat. Dann haben wir uns verknüpft und so ist es dann nach und nach gewachsen. Wie gesagt, am Anfang haben wir die Schulung auch mitfinanziert, um zu sagen, wir wollen diese Methode einfach weiter befördern beim Bosch. Und unterdessen ist es in der Trainingsorganisation und die Kollegen können sich dann selber dazu einbuchen für einen bestimmten Betrag. Also es ist eine typische Bottom-Up-Entwicklung gewesen. Ja, es ist ein paar Bottom-Up-Entwicklungen. Genau. Gut. So, jetzt fällt mir erstmal ganz spontan keine weitere Frage ein. Gabriele, hast du noch welche? Ihr habt gesehen, die Frage von Ilke noch im Chat. Ich noch nicht, nein. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Unternehmensgröße und Notwendigkeit zu Debriefing? Je größer, desto notwendiger. Würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen. Gefühlsmäßig einfach, ich denke, wenn Wissensträger Wissen hat. Und ich meine, wie gesagt, es gibt dieses extrinsische Wissen, das ich teilen kann, das ist klar. Aber der Rest, den trage ich mit mir rum. Und das kann genauso gut im Kleinen wie im großen Unternehmen sein, dass ich sowas gar nicht unbedingt von mir aus teile vielleicht. Der ist ja dann immer da, da gehen immer alle hin zu diesem Experten. Der weiß dann immer alles und plötzlich ist er weg. Und wenn er das nicht irgendwie nochmal geteilt hat oder die Übergabe nicht da ist, dann ist es genau dasselbe Problem. Von dem her würde ich das jetzt gar nicht unbedingt von der Unternehmensgröße abhängig machen. Im Gegenteil, ich würde sogar fast sagen, je kleiner, desto notwendiger. Weil ich glaube, dieses typische Kopfwissen, das ist in kleinen Unternehmen fast noch mehr verbreitet, weil weniger Formalismen und weil es auch einfacher ist. Man kennt halt die Leute, ja, man kann die schneller ansprechen. Also ja, ich denke auch, es ist von der Größe weitestgehend abhängig. Aber wenn, dann würde ich fast sagen, vielleicht umgekehrt, je kleiner, desto wahrscheinlicher, dass es notwendig ist, sagen wir es mal so. Also desto wahrscheinlicher brauche ich wahrscheinlich eine Maßnahme und es hängt natürlich auch damit zusammen, wie alt ist das Unternehmen, wie lange haben Leute ihre Expertenrolle im Unternehmen gehabt. Wenn ich jetzt ein junges Startup habe, wo die Leute bloß ein anderthalbes Jahr bisher da waren, da geht das meistens noch, was als Verlust auftritt. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der 40 Jahre in dem Unternehmen gearbeitet hat, hat sein Wissen dafür aufgebaut, seine Expertise, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass ich das übernommen bekomme. Also es hängt wahrscheinlich mehr mit der Zeit zusammen, wie lange derjenige dort Experte geworden ist und wie groß sein ganz spezielles Know-how ist. Ja, würde ich auch so sehen. Ja, also ich habe keine Fragen mehr. Ganz herzlichen Dank, Jens, für diese sehr knappe, sehr präzise Darstellung des Prozesses. Ich fand das sehr klar. Man konnte dem gut folgen. Ja, vielen Dank, dass du dir überhaupt Zeit genommen hast für uns. Und ich freue mich auf jeden Fall dann schon auf das Video und die Rückmeldungen zum Video. Für euch erstmal einen schönen Tag und wir bleiben in Kontakt. Ja, genau. Ganz vielen Dank auch von mir und einen schönen Tag noch. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Vielen Dank.